Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Es sind drei Wochen vergangen, weil ich die letzten beiden Streams aus verschiedenen Gründen ausfallen lassen musste. Deshalb muss ich mich mal gerade orientieren, was hier alles passiert ist. Ach ja, okay. Dann machen wir das doch mal. Ähm, hatte ich da irgendwas? Okay, damit kann ich leben. So, du kriegst mal Verteidigungsmatrix, sodass du uns nicht die ganze Zeit abnippelst, weil... Das ist leider so. Oder war... Ne, war es E.D. oder Liara? Liara ist die ganze Zeit gestorben, ne? Aber ich meine, E.D. auch. Ich bin verwirrt. Auf den Kraftschaden der gesamten Gruppe, das heißt auch auf mich. Nice. Schepard, Cerberus' Landing Force ist aus der Tachanka battlefields. Their target seems to be an ancient ground-to-space cannon facility that hasn't been used since the Krogram Rebellions. The site has no obvious military advantage, and the Krogram are spread too thin to deal with it. Do we know what Cerberus is up to? No, but we do know that Cerberus doesn't act without a plan. Get in there and stop them. Find out what they're up to while you're at it. We'll get it done. See to it. Knock it out. Willkommen auf Feuerstellung Gigant. Oh, es ist so gut, wenn die Gegner einenmals Abwechslung nicht erwarten. Pass auf. Du machst Beteiligungsschuss. Krogramischer Widerstand gegen wen? Meine, wir wissen, dass Reaper-Kundschaft da auf Tachanka sind, aber... Okay, und Cerberus, aber Cerberus ist ja eher... Die haben ja jetzt, glaube ich, keine Armee auf dem Planeten. Dieses Geschütz geht mir gerade mega auf den Sack. Okay. Oh, cool. Wir müssen auf die andere Seite der Map laufen. Noch ein paar Sachen töten. Ja, chill mal. Ich bin Commander Shepard. Keine Festigung hält mir stand. Wow. wirst du halt nicht so bleibt ihr zwar hier damit das halt auch so bleibt oder hä ach da war mehr als eins we're cutting it close commander i've rerouted the power to the main console heading back now so Was ist das? Die Koganakon sind die Koganakon. können das Ding jetzt nicht sichern. Es ist ja nur ihr Planet oder so. Aber man muss auch so zu sagen, was hat die Normandy wieder in dieser Zeit gemacht? Darf ich daran erinnern, dass dieses Schiff ein Kollektorenschiff getouchottet hat? Ähm, Krogana. Erste Krogana, die Vision. Wundervoll. Jetzt frage ich mich gerade. Sorgbuch müssen wir uns überbrechen. Priorität to Chunk. Warte, wo ist denn das alles? Ähm. Bin ich jetzt doof? Okay, aber ich bin gerade irritiert. Haben wir das mit der Bombe schon gemacht? Das wäre auf jeden Fall wichtig zu wissen. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Wir haben aber auch sonst gerade nichts zu tun. Eigentlich müsste das doch hier drin stehen. Ist das alles einer? Also haben die das alles hier drunter gepackt? Weil dann ist das ja schon gemacht. Ah, fuck off. Pass auf, dann speichere ich und würde sagen, wir geben den Krogana eine Zukunft. Ja doch, sonst wäre es, sonst wäre es ja hier, ne? Ja. 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 Das hier ist für Palavin. Rex, in der gleichen Zeit, deine Soldaten werden von der Boden attackiert. Zusammen können Sie es weg von der Tower entfernen. Ja, eine kleine Team kann die Schrautfacilität erreichen. Wir haben die Synthesizei-Küren. Wir brauchen Eve, mit uns zu kommen. Wir haben noch nie einen Reeper in der Nähe von der Nähe. Alle auf dem Weg? Es gibt noch eine Frage? Los geht's, Pyjack. Es ist Zeit, die Genophage zu verhindern. Commander? Incoming message marked urgent. I'll put it in the common for you. Dalatris? Commander Shepard, we know you've reached Tuchanka. And by now I imagine Morden Solas has proposed using the Shroud. Are you spying on us? Hardly. The Shroud is the only viable course of action open to you. Commander, you can't allow your misguided sympathy for the Krogan to cloud your judgment. Do you honestly believe curing the Genophage will end in lasting peace? Yeah. We have to give the Krogan that chance. You can't condemn an entire race to extinction based on what might happen. What will happen is the Krogan will reproduce out of control. We uplifted them specifically for their violent nature, not their diplomatic skills. Another war is inevitable. What do you want, Dalatris? Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what your planning couldn't be done. Morden will likely detect this malfunction and repair it. But if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails. No one will notice the change. You mean trick the Krogan? They need not be any the wiser. Let Erdnot Rex believe you fulfilled your promise. Morden would never stand for that. How you deal with him is up to you, Commander. We can provide you our very best scientists to build the Crucible and the full support of our fleets. If I sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice is yours. I've ordered the clans to assemble at the Hollows. It's our sacred meeting ground. We'll land there and take an armored convoy against the Reaper. This will be the defining moment of Krogan history. Krogan history filled with defining moments. Most bloody. Hope this one better. Commander, you seem troubled. I got a message from the... Rex, it's Reef. The Reapers are already at the Hollows. Come out with guns blazing. Hang on tight. We're heading in. Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Everyone pick your targets and keep an eye on our six. Now move. Here they come. Push forward. Don't let them get out. Nur Husks? Ich bin beleidigt. Schade. We almost got them all. Shada. They'll sing battle songs about this someday. Reaper's blood has finally soaked our soil. We have to get to the shroud. The air strike is on its way. Female safe, Shepard. Vitals are strong. What's a Solarian doing here? Nobody said anything about this. Multiple Krogan. Problematic. Er rettet ihr Volk. His name is Morden Solas. He's here to cure the Genophage. His kind gave us the Genophage. Why should we trust him? Nearly two years into this tornado. What will they do? They're going to kill him. That's ok. They're gonna destroy us. They're gonna destroy us. Come on. Denn du kannst dich kämpfen gegen den Krieg, den du gegründet hast, und gewinnen einen neuen Zukunft für unsere Kinder. Ich wähle mich kämpfen. Wer wird mich mitnehmen? Ich werde. Und so werde ich. Jetzt stehe deine Hände hoch, wie ein Krogan. Es gibt einen Reeper, der braucht es zu töten! Arne! Krogan, Grown confine, das ist Turian Wing, Artebeck. Unsere Flugzeug zu den Schrauben ist festgelegt. Wir sind zehn Minuten im Zeitpunkt und warten! Das, Artebeck. Wir sind unser Weg, versuchen, die Zeit zu verlegen. Shepard up! Reef isn't the only Krogan who wants revenge for the Genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the Ancients. Glory of Ancients led to Krogan rebellions. Countless deaths. Creation of Genophage. Expansion plan... problematic. I'd say helping defeat the Reapers would be worth a new planet. Or ten. You haven't seen how fast we can pop them out. Rex. What? With the Genophage cured, we'll have a lot of catching up to do. Commander, on the shuttle, was there something you were going to say? The Dalatraz tried to cut a secret deal with me. What kind of deal? She said they sabotaged the Shroud years ago. The cure won't work unless we fix it. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what your planning couldn't be done. And she thought we wouldn't know better? Correctly. Would likely have fooled tests. But familiar with SDG work, can adjust. Did not come this far for nothing. You just spared our race another genocide, Commander. I told you we could count on him. Why are we stopping? Why are we stopping? Rex, you and Morten stay with Eve. It's looking ugly out here. Will you? Was is here los? How are we supposed to fight a war without a road? What's the hold up? Road's out. The convoy can't make it through. Turian wing, Artamek. This is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper already knows we're here. An airstrike alone won't do it. We have to get in that fight. Damn it! I don't care if we have to build a new road. We're going. Shepard! I've lost control. I can't pull up. Move! Shepard! What's happening? Rex! Get the female out of here now! Go! Das war ja jetzt super problematisch, ne? Okay, gut, da geht's... recht tief runter, aber... Understood! Save your pilots! We'll find another way! Man sollte meinen, dass diese Fahrzeuge mehr für unebenes Terrain ausgelegt werden. Ich glaube, Tuchanka ist nicht gerade für seine Infrastruktur bekannt. Ja, ist ja gut. Ich nehme ja nur die Sachen mit. Ja, ist ja gut. Ich kann ja nichts dafür, dass hier so viel Zeug ist. Ja, es ist einfach nur ein Gerät. Nichts die Solarii kann es nicht patchen. Reefs' truck macht es auch. Die Turians mussten die Airstriken. Wir brauchen eine neue Planung für den Reepern. Erst wir müssen dich finden. Wo bist du? Untergrund. Wir sehen uns die Ruhe von einer Artikeln. Commander, das ist die Stadt der Ancienz. Wie können wir rausgehen? Noen maps existieren. Es hat sich überlebt für tausend Jahre. Das ist eine Art Schilder. Diese Schilderung zeigt Krogan hat eine Artistische Seite.